Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Vlog. Hier ist der Gecko Climber. Ja, es ist schon ein paar Tage her, seit ich das letzte Mal so ein Infovideo hier gemacht habe. Und es ist auch eine ganze Menge passiert jetzt hier in der letzten Zeit. Es sind einige gute Dinge, ein paar nicht ganz so gute Dinge passiert. Aber ja, auf jeden Fall mal eine ganze Menge, was ich euch jetzt hier soweit mal noch erzählen will und sollte. Und ich möchte jetzt einfach mal so mit der der besten Nachricht für euch alle anfangen. Und zwar, ich habe mir ein wenig Gedanken gemacht, wie es bei mir jetzt auf dem Kanal weitergehen kann und weitergehen soll. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass mein Kanal, soweit es mir irgendwie möglich ist, werbefrei sein soll. Einfach weil ich nicht der Meinung bin, dass es gut ist, sich so dermaßen von einer einzelnen Plattform abhängig zu machen. Aber da werde ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. Ja, ich wurde allerdings schon von verschiedenen Leuten einfach mal darauf angesprochen, ob und wie man mich denn hier unterstützen könnte. Und da gibt es eigentlich, ja, ich habe mir jetzt auch wieder so ein bisschen Gedanken drum gemacht und habe mich jetzt entschlossen, einfach mal bei Amazon so eine Amazon-Partnerschaft zu beantragen, die ich inzwischen auch habe. Und habe da jetzt mal einen Amazon-Affiliate-Link in meinen Kanal reingepackt. Den packe ich euch auch nochmal runter in die Beschreibung. Das heißt so viel wie, wenn ihr über diesen Link quasi auf die Amazon-Seite geht und dort irgendwas bestellt, dann bekomme ich von Amazon eine kleine Provision, ohne dass es für euch tatsächlich irgendwie mehr kosten würde. Das hat einfach den Vorteil, dass ihr jetzt quasi kein Geld dafür ausgeben müsst. Zumindest mal nicht mehr, als ihr sonst auch ausgeben würdet. Und ja, das ist halt einfach von, ich finde es einfach von der Art und Weise her, ist es das Sinnvollste für alle jetzt hier. Es gibt natürlich auch den Fall, dass ihr jetzt sagt, entweder ihr wollt Amazon nicht nutzen, was ich voll und ganz verstehen kann, oder ihr dürft es noch nicht, weil ihr vielleicht noch minderjährig seid. In dem Fall könnt ihr mich natürlich auch unterstützen, allerdings halt weniger auf, ich sage mal, mit Geld oder ähnlichem, sondern mehr auf YouTube hier selber. Ich sage es eigentlich jetzt nicht unbedingt in meinen Videos, aber es hilft mir natürlich immer, wenn ihr dann Daumen hoch da lasst, wenn ihr Kommentare schreibt, wenn ihr mich abonniert, sofern ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr meine Videos teilt und so weiter. Es gibt ja dann so diese ganzen YouTuber, die dann am Ende von jedem einzelnen Video sagen, hey, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert mich doch bitte, lasst mir einen Kommentar, lasst mir einen Like, teilt das Video mit all euren Freunden, oh ja, oh ja, oh ja. Und das ist so, ähm, na, nee, muss nicht sein. Also ich sehe es nicht ein, ich finde das so unglaublich nervig, deshalb sage ich es auch einfach nicht, aber es gilt halt irgendwo natürlich trotzdem. Und, ähm, ja, ich sage jetzt halt einfach, ähm, wenn, wenn euch ein Video gefallen hat, dann freue ich mich, also ich freue mich über jeden Kommentar, ich freue mich über jeden Daumen hoch, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. und, ähm, ich freue mich natürlich auch ganz besonders, wenn ihr sagt, hey, ähm, was weiß ich, ich kenne da einen, dem würde das bestimmt gut gefallen und schickt dem jetzt einfach mal einen Link, hey, guck dir mal die Videos da an, die würden, könnten dir vielleicht noch gefallen und so weiter und so fort. Das ist für mich natürlich dann, ähm, ja, das ist für mich natürlich was, womit ich dann auch am Ende wachsen kann und wo ich dann auch sage, das ist fast sogar noch besser als in irgendwelchen, ähm, YouTube-Suchen weiter oben zu sein, weil das dann halt einfach dann bei euren Freunden dann, die wissen dann schon mal, das ist schon mal durch einen Filter durchgelaufen. Also sprich, wenn, was weiß ich, wenn ihr dann schon sagt, das Video, dass, ähm, die Videos nicht schlecht sind, dann ist, ist man eher geneigt, dem zu glauben, als wenn die einfach so in der YouTube-Suche irgendwo auftauchen. Ja, und von daher würde ich mich natürlich dann gewaltig freuen, wenn da vielleicht dann der ein oder andere dann tatsächlich da mal noch anfängt, meine, meine Videos dann ein bisschen weiter zu verteilen, vielleicht dann auch zu abonnieren, Daumen hoch da zu lassen und so weiter. So. Ich habe gesagt, es ist auch das ein oder andere nicht ganz so tolle passiert, ja. Das Jahr hat für mich, äh, so, so bedingt gut angefangen, weil, ähm, ja, der ein oder andere weiß es ja, es ist ja jetzt vor kurzem der Windows-7-Support ausgelaufen. Mein Rechner scheint das irgendwie gewusst zu haben und hat sich dazu entschlossen, ähm, Windows-7 selbst von sich selbst zu entfernen, indem einfach mal die komplette Festplatte abgeraucht ist, mit allem, was dazugehört. Ende vom Lied ist, dass halt die ganzen Daten da drauf weg sind. Das heißt, ähm, ja, ich habe halt kein Windows mehr. Daten sind eigentlich alle noch da, zumindest mal das, was wichtig ist, aber ich muss es natürlich wieder irgendwie ein funktionierendes Windows hier zurecht gebastelt kriegen. Und das dürfte jetzt noch ein klein wenig dauern, weil ich mich einfach, ja, ich habe mich jetzt so ein bisschen dagegen entschieden zu sagen, ich kaufe jetzt einfach eine neue Festplatte, stopfe die da rein und spiele das alte Backup, was ich noch habe, wieder drauf. Ich glaube, dass, ähm, dass ich mehr davon haben würde, wenn ich jetzt einfach mal sage, ich probiere das Ganze jetzt tatsächlich mal irgendwie unter Linux zu lösen. Ich bin da mit ein paar Leuten am, ähm, ähm, am Basteln, wie man das Ganze jetzt wirklich sinnvoll machen kann. Und ich gehe davon aus, dass das, ja, in ein paar Wochen hoffentlich auch wieder läuft. So, was hat das jetzt für Konsequenzen für euch, dass ich euch jetzt den ganzen Käse hier erzähle? Ja, Konsequenz ist die, dass ich, ähm, das Final Fantasy X leider pausieren muss erst mal für, ich sage jetzt mal vorsichtig, unbestimmte Zeit. Aber unbestimmte Zeit heißt in dem Fall, wir reden hoffentlich nur von ein paar Wochen. Das Gute ist, dass, ähm, der Spielstand in der Steam Cloud gespeichert ist. Das heißt, ich muss nicht die 20, 30 Stunden oder wie viel wir auch immer da schon auf der Uhr haben, jetzt nachspielen und kann direkt da weitermachen, wo wir vorher waren. So, jetzt haben wir noch das zweite Projekt, was aktuell noch läuft. Ähm, Julia, da sieht die Sache ein bisschen besser aus. Ich habe es unter Linux irgendwie zum Laufen gekriegt. Und, ähm, ja, der Nachteil ist der, der Spielstand da ist futsch. Aber zum Glück habe ich da jetzt auch nur zwei Stunden, ähm, bisher gespielt gehabt. Das heißt jetzt für euch, ja, ich hoffe, dass Julia einfach nahtlos weiterlaufen kann. Falls dem nicht so ist, wird da vielleicht eine kleine Pause drin sein. Also, wir reden da jetzt von ein paar Tagen, wenn es, ähm, wenn es schlecht läuft. Und dann werden wir mal schauen, wie es da jetzt, ähm, ja, wie wir da jetzt weitermachen können. Jo, soviel jetzt erstmal dazu. Es gibt auch noch eine, ähm, ein paar andere Neuigkeiten zu meinem Kanal an sich. Ich habe, ähm, mich entschlossen jetzt einfach, weil, wie jetzt schon gesagt, der, der Windows 7 Support ausgelaufen ist, ähm, zu sagen, ich, ähm, möchte jetzt einfach mal, ja, ähm, ein paar mehr Tutorials machen. Aus dem einfachen Grund, die Alternativen sind jetzt einfach Windows 8 oder Windows 10 und beides ist aus verschiedenen Gründen so, ähm, weiß nicht, muss nicht sein. Und, ähm, vielleicht ist ja da tatsächlich, äh, für den einen oder anderen Linux eine, eine gangbare Alternative. Wir könnten mal, wir können mal schauen. Also, ihr könnt mir gerne in die Kommentare da, äh, schreiben, ob, ob das für euch interessant wäre. Was da für euch interessant wäre, was wir da eventuell an Tutorials machen könnten. Ich bin da auch mit, ähm, mit einigen Leuten aus der, ähm, aus der hiesigen Linux User Group am, ähm, ja, am Basteln, was wir da jetzt noch so machen könnten an Umsteiger Tutorials und dergleichen. Es könnte ein spannendes Projekt werden für dieses Jahr. Wir werden mal schauen. Und, äh, ja, da werdet ihr auf jeden Fall sehen, da, dass ich da auf meinem Kanal hoffentlich dann jetzt in diesem Jahr noch so einiges tun wird, was das angeht. Der nächste Punkt ist der, ähm, ja, ich bin jetzt auch von Twitter weggezogen, einfach weil ich es überhaupt nicht benutzt habe und weil es mir auch so, ich weiß nicht, also, ich habe Twitter und Facebook jetzt gelöscht. Aus dem einfachen Grund, weil ich sie, wie soll ich jetzt sagen, ich habe mich da jetzt so richtig drauf zurechtgefunden, mich nicht so richtig drauf wohlgefühlt. Und, ähm, bin jetzt umgezogen zu Mastodon. Das ist quasi so eine freie Twitter-Alternative. Mein Link ist auch wieder bei mir auf der, ähm, auf der Kanalseite. Ich packe euch auch nochmal mit in die Beschreibung rein. Und, ähm, ja, da könnt ihr ja mal schauen, ob euch das vielleicht auch interessieren könnte, ob es euch vielleicht interessieren könnte, dass ich da mal ein, ein kleines Tutorial oder mal so, ähm, Tutorial klingt jetzt ein bisschen hochgestochen. Ich nenne es jetzt mal so, so ein Showcase, wo ich einfach mal so zeige, was das ist und was das so alles kann. Und, ähm, ja, könnt ihr mir ja kurz in die Kommentare mal schreiben, ob euch sowas vielleicht auch interessieren würde. Und dann bin ich eigentlich durch für heute. Ja, waren jetzt 10 Minuten, reicht dann ja auch. Okay, ich hoffe, ihr habt es dann auch alle gut ins neue Jahr geschafft. Und wünsche euch dann alles Gute für das, was ihr euch für dieses Jahr so vorgenommen habt. Ja, ich hoffe, euch hat es dann das, ähm, das Infovideo hier soweit gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns in irgendeinem meiner anderen Videos dann mal noch wieder. Und würde dann sagen, ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!